Musik Natürliche Heilmittel für das Kapaltunnelsyndrom Es ist wichtig die Schlafstellung zu kontrollieren, damit die Durchblutung nicht gestört wird. Du kannst auch entspannende Übungen durchführen. Das Kapaltunnelsyndrom ist eine häufige Erkrankung, die Z.B. durch langes Sitzen vor den PC verursacht werden kann. Dabei machen sich Symptome wie Schwächegefühl in den Händen und Fingern, Taubherzgefühl oder Kribbeln bemerkbar. In diesem Artikel erfährst du, was man auf natürliche Weise tun kann, um das Kapaltunnelsyndrom in den Griff zu bekommen. Was ist das Kapaltunnelsyndrom und was sind die Auslöser? Bei dieser Störung wird im Handgelenk dauerhaft starker Druck auf den mittleren Armnerv ausgeübt. Dieser Nerv versorgt sensorisch die Hand innenseite und motorisch den Daumenmuskel. An der Innenseite des Handgelenks verläuft dieser Nerv durch das sogenannte Kapaltunnel. Entzündungen können den Nerv beeinträchtigen und Schmerz, Schwäche oder Taubheit auslösen. Dieses Syndrom wird oftmals durch exzessive Computerarbeit augelöst, genauer gesagt durch das Tippen oder Klicken mit der Maus. Es kann aber auch durch das Spielen eines Musikinstruments bestimmte Handgriffe bei der Arbeit oder Sportarten ausgelöst werden. Diese Aktivitäten können auch zu sehenden Scheidenentzündungen und Bursitis führen. Das Kapaltunnelsyndrom tritt in den meisten Fällen bei Personen zwischen 30 und 60 Jahren auf bei Männern häufiger als bei Frauen. Weitere Faktoren, die diese Krankheit auslösen können, sind Alkoholismus, Handgelenkartritis, Knochenbrüche, Zyste oder Tumor am Handgelenk, Infektionen, Fettleibigkeit, Flüssigkeitsretention, Schwangerschaft oder Minopause. Rheumatoide Arthritis Die häufigsten Symptome beim Kapaltunnelsyndrom sind Taubheit oder Kribbeln im Daumen einer Hand oder beider Hände. Je nachdem, welche Aktivität ausgeführt wird, auch in den Zeige- und Mittelfingern häufige nächtliche Taubheit, Schmerzen von der Hand. Bis zum Ellenbogen Probleme in der Feinmotorik Schwacher Griff beim Tragen von Taschenschwäche in den Händen Hitzegefühl in den Fingern oder der Handfläche Auch wenn wir in diesem Artikel verschiedene Hausmittel vorstellen, die sehr wirksam sein können, sollten die Betroffenen auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, um eine korrekte Diagnose stellen zu lassen. Dieser wird verschiedene Behandlungsmöglichkeiten vorschlagen, manchmal ist auch eine Operation erforderlich. Hausmittel gegen das Kapaltunnelsyndrom täglich 2-4 Wochen lang einen Esslöffel leinsamen Öl einnehmen Die Fettsäuren lindern oder verhindern Entzündungen Nahrungsmittel mit 4 Vitamin B6 konsumieren, zum Beispiel Kartoffeln, Bananen, brauner Reis, Hühnerbrust oder Gemüse Einen Eisbeutel auf das Handgelenk oder die Hand auflegen, damit die Entzündung gelindert werden kann Warme Unterlagen oder Handtücher vermeiden, diese können den Zustand verschlechtern Die das den Zustand verschlechtert Ein Baumwolltuch mit etwas Anika-Tinktur auflegen 2 Esslöffel Ingwerpulver mit heißem Wasser verrühren und den Tee abkühlen lassen Täglich 2 Tassen davon trinken, da dieses Getränk sehr entzündungshemmend wirkt 3 Esslöffel Boxhornmehl mit genügend Wasser 15 Minuten lang aufkochen, um eine Paste herzustellen Nach dem Abkühlen auf den Schmerzbereich auftragen 3 Heilsäfte gegen das Karpaltunnel-Syndrom Der erste Saft enthält eine Gräbfrut, eine Orange und eine Scheibe geschälte Ananas Die Gräbfrut und die Orangen waschen, halbieren und pressen Diesen Saft mit der Ananasscheibe im Mixer zerkleinern und danach sieben Dieser Saft wird alle 3 Tage auf nüchternen Magen als Vorsorgemaßnahme oder täglich, um die bereits vorhandenen Symptome zu bekämpfen, getrunken Der zweite Saft enthält ein großes Blatt Grünkohl und zwei große Äpfel Die Äpfel waschen, schälen und schneiden und mit dem Kohlblatt und etwas Wasser im Standmixer zu Saft verarbeiten Davon täglich ein Glas trinken Das dritte Rezept enthält eine Scheibe geschälte Ananas, einen halben Apfel und eine kleine Scheibe Ingwer Die Ananas schneiden und mit dem geschälten und entkernten Apfel sowie dem Ingwer im Standmixer zu Saft verarbeiten Davon täglich ein Glas trinken, am besten vor dem Frühstück Empfehlungen, um das Karpaltunnel-Syndrom zu verhindern Es wird eine natürliche und neutrale Körperhaltung empfohlen Die Hände nicht falten und bei häufigem Benutzen der Tastatur auf eine korrekte Haltung achten Schraubbewegungen oder das Heben von Gegenständen mit den ersten drei Fingern der Hand vermeiden Besser wird dafür die ganze Hand verwendet, da sonst zu viel Druck auf den Karpaltunnel ausgeübt wird Jede Arbeitsstunde zwei Minuten aufstehen und gehen und, wenn möglich, kurz einer anderen Aktivität nachgehen Ein gesundes Leben führen Auf diese Weise wird das Herz-Kreislauf-System gesund gehalten Dazu gehören ausreichend Schlaf, Sport, Nichtrauen, viel Obst und Gemüse, ausreichend Wasser und so wenig Fett und Zucker wie möglich konsumieren und so weiter Auf die Schlafposition achten Nacht empfiehlt es sich die Arme nah am Körper zu lassen und die Handgelenke in gerader Haltung zu positionieren Da zu viel Druck ausgeübt wird, wenn sich diese unter dem Körper befinden und dadurch Entzündungen entstehen können Entsprechende Übungen durchführen, diese fördern die Durchblutung und reduzieren den Druck Zum Beispiel Kreisende Bewegungen mit den Handgelenken in beide Richtungen Mit den Handflächen nach unten Den Daumen anspannen und die Hand dabei nach außen halten Den rechten Daumen mit der linken Hand festhalten und denen 25 Mal wiederholen und dann die Hand wechseln Die Finger strecken Die Hand öffnen und danach schließen Die Hand mit Hilfe eines Gummiballs oder einem leichten Gewicht Nicht schwerer als 2 Kilo Anspannen, den Unterarm dabei auf einen Tisch legen, so dass sich das Handgelenk am Rande des Tisches befindet Und das Gewicht heben, wobei das Handgelenk angespannt wird Ergonomische Geräte verwenden Ein Beispiel dafür ist die Tastatur, aber es gibt auch andere ergonomische Produkte, welche die Handgelenke, Hände und Ellenbogen weniger beanspruchen Bilder mit freundlicher Genehmigung von